Guten Tag! Aus einem OH-58 Kiowa feuert ein Scharfschütze auf den Motorblock und bringt das Auto zum Stillstand. Gleichzeitig landen drei weitere Hubschrauber. Die Elite-Soldaten des Jagdkommandos überwältigen die Terroristen. Nur wenige Meter weiter seilen sich weitere Einheiten aus einem Blackhawk-Transport-Hubschrauber ab. Präzise Abläufe, die das Jagdkommando seit Jahren für den Ernstfall trainiert. Bei solchen Aktionen ist das absolut eine militärische Aufgabe in der Größenordnung. Ich sehe den Terrorismus in einer bestimmten Erscheinungsform sehr wohl als eine Form der Kriegführung. Auch wenn sie durch zivilgekleidete Personen wahrgenommen wird. Nach der Sicherung des Territoriums übernehmen die abgeseilten Spezialkräfte die Gefangenen und bringen sie in den Hubschrauber. Der ganze Einsatz ist nach wenigen Minuten beendet. Solche Operationen darf das Jagdkommando eigentlich nur im Ausland durchführen. Doch mit der neuen Bedrohungslage des islamistischen Terrors sieht das Bundesheer hier ein neues Aufgabengebiet für sich. Der Rettisch kann dieser Einsatz auch im Inland stattfinden und es hängt wahrscheinlich davon ab, von welcher Bedrohung wir ausgehen müssen. Das Innenministerium ist sicher darauf spezialisiert, mit den Kobra-Kräften gegen einen Bankräuber, der mit einer Pistole bewaffnet ist, vorzugehen oder eine kleinere Gruppe vorzugehen. Wenn man jetzt, wie das Szenario in Frankreich gezeigt hat, unter Umständen mit kampferprobten Dschihadisten zu tun hat, dann wird das eigentlich schon eine militärische Aufgabe. Das heißt, ein solcher Antiterroreinsatz, auch in Österreich, der meint das Bundesheer der Bayreis, eigentlich besser geeignet. Ich glaube, dass wir ausbildungsmäßig, übungsmäßig und von der Zusammenarbeit zwischen Piloten und Jagdkommandosoldaten auf solche Aktionen am besten vorbereitet sind. Auch das Polizeieinsatzkommando Kobra trainiert für den Ernstfall. Statt Hubschraubern gibt es hier eine mobile Rampe. Der Polizeieinsatz verläuft unspektakulärer als die Militäraktion. Trotzdem gilt die Kobra als eine der besten Polizeispezialeinheiten der Welt. Die Bekämpfung des Terrors im Inland zählt zu ihren Hauptaufgaben. Dass das Jagdkommando Teile davon übernehmen will, geht den Beamten hier zu weit. Es ist vorstellbar, dass natürlich Assistenzdienstleistung geboten wird, selbstverständlich. Es ist aber natürlich eine Frage auch, ob die sicherheitsbehördliche Führung dem dann zustimmt. Die Kobra arbeitet nicht losgelöst von der Sicherheitsbehörde, sondern wir arbeiten im Auftrag der Bezirkshauptmannschaften, der Landespolizeidirektionen und so weiter. Und der sicherheitsbehördliche Leiter legt fest, was eben gefordert ist. Und darüber hinaus natürlich gibt es auch eine politische Ebene. Und hier werden die entsprechenden Entscheidungen fallen, wenn es notwendig ist. Die strikte Trennung zwischen Polizei und Bundesheer ist historisch gewachsen und für manchen überholt. Gerade die Ereignisse der vergangenen Wochen geben zumindest Anlass, über die Art der Zusammenarbeit nachzudenken. Die Aufgabe der Polizei und der Sicherheitsbehörde ist doch eine ganz andere als die Aufgabe des Militärs. Denken wir aber ein bisschen über die Verfassung hinaus. Denken wir an konkrete Bedrohungsszenarien. Gehen wir weg von allhergebrachten, gehen wir weg von unserer historisch belasteten Betrachtungsweise. Und wir werden sehen, wir haben einen Pool von Spezialisten. Wir haben einen Pool von Ressourcen diesbezüglich. Und wir haben so etwas wie eine sich aufkeimende nationale Bedrohung. Es gibt kein Argument der Welt, das es verbietet, über bestehende Strukturen nachzudenken und über die Zusammenführung von solchen Ressourcen zu sprechen und diese auch einzuleiten. Das Sicherheitspaket hat heute den Ministerrat passiert. Fix ist, die Polizei soll mehr Geld bekommen für Personal und Schutzausrüstung. Doch auf teure Hubschrauber will man verzichten. Das Bundesheer soll mit seinem Gerät aushelfen. Die Antiterrorübung des Bundesheeres geht weiter. Auch die Einsatzbesprechung des Jagdkommandos lässt keine Zweifel offen, was hier trainiert wird. Auf Anforderung des Innenministeriums rückt das Bundesheer zu einem Assistenzeinsatz aus. Das Wunschszenario vieler Militärs. Wir haben zurzeit die Information, dass wir fünf Terroristen vor Ort haben im Angriffsziel Kilo. Die Zusammenfassung der letzten Daten hat ergeben, dass sie politisch motiviert sind. BRT 2 festsetzen der Terroristen und stellt dadurch die politisch-strategische Handlungsfreiheit Österreichs sicher. Jagdkommando, Übung 2. Terroristen haben sich mit Geiseln im Haus verschanzt. Wieder rückt die Spezialeinheit mit Hubschraubern an. Der Sturm des Hauses erfolgt von zwei Seiten. Zuerst die Vordertür. Blendgranaten lenken ab. Weitere Einheiten rücken aus der Luft nach. Und selbst der Bomben- und Geiselspürhund wird aus dem Blackhawk-Hubschrauber abgeseilt. Wieder zeigt man gerne her, wozu man in der Lage ist, was man alles kann. Mit allen Mitteln, die auch der Ernstfall erfordern würde. Doch im Ernstfall halten sich in einem Haus wie diesem echte Terroristen mit echten Geiseln versteckt. Dann sind die Waffen scharf und die Bedrohungsszenarien Wirklichkeit. Dann ist keine Zeit mehr für Eitelkeiten und Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Ressorts. Die Frage ist, stellt das Bundesheer nun die Hubschrauber zur Verfügung oder auch gleich seine Spezialeinheit? Die Trennung, die man für eindeutig hatte, wo das Militär für Landesverteidigung im Sinne des Kalten Krieges zuständig war und die Polizei für Kriminalität, die hat sich mit der Entwicklung der heutigen Szenarios einfach verändert. Da gibt es eine Grauzone dazwischen, wo man von rechtlichem her vielleicht diskutieren könnte, ist es eher eine kriminelle Aktion und eine Aufgabe des Innenministeriums oder ist es rechtlich eher eine Verteidigungsaufgabe? Aber wenn es um den Schutz der dabei eingesetzten eigenen Leute geht und ich davon ausgehen muss, dass der Gegner militärische Qualitäten hat, dann wäre man wahrscheinlich besser beraten, dagegen auch Soldaten einzusetzen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung des Innenministeriums sollte dafür sorgen, dass es gar nicht so weit kommt. Auch wenn es jetzt mehr Geld für technische Mittel gibt, fühlt sich diese Behörde rechtlich eingeschränkt. Ein eigenes Gesetz soll bis zum Sommer mehr Befugnisse ermöglichen. Sie müssen sich vorstellen, dass die Beamten des Verfassungsschutzes die gleichen Befugnisse haben, wie der uniformierte Kollege, der auf der Kreuzung den Verkehr regelt. Die gleichen Aufgabenstellungen, die gleichen Befugnisse. Das ist etwas, wo wir sagen, ja, das ist nicht ausreichend. So können wir mit der Bedrohung im Moment nicht umgehen. Als Richtschnur dient uns beispielsweise das deutsche Bundeskriminalamtsgesetz, also ein polizeiliches Gesetz, das zum Zwecke der Terrorismusabwehr außerordentliche Befugnisse vorsieht und auch einen entsprechenden Rechtsschutz dafür deklariert. Geklärt werden soll auch, ob das BVT zusätzliche nachrichtendienstliche Befugnisse erhält. Den einzigen Inlandsnachrichtendienst betreibt nämlich das Bundesheer. Unklar, weil streng geheim ist der Informationsfluss. Wenn Sie eine terroristische Bedrohungslage haben, sind es gerade die Vorfeldinformationen, die ganz entscheidend sind für die Einschätzung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz als Polizeibehörde ist dann am stärksten, wenn der Anfangsverdacht sich erhärtet auf der einen Seite, oder wenn Informationen belastbarer Art und Weise im Inland vorliegen. Dann hat das Bundesministerium die entsprechenden Möglichkeiten. Ob das jetzt Rufdatenrückerfassung ist, ob das jetzt Observation ist, oder ob das robustere Maßnahmen diesbezüglich sind. Der Umstand, dass man in dieser Phase nicht so weit ins Vorfeld gehen kann, ist ein großes Defizit der Republik Österreich. Das Bundesheer will im Antiterrorkampf an vorderster Front mitmischen. Doch die Politik ist sich noch nicht mal einig, ob es Kobra-Beamte dorthin fliegen darf. Die Muskelspiele des Jagdkommandos bleiben damit wohl, bis auf weiteres, eine Leistungsschau. Der Rettisch kann dieser Einsatz auch im Inland stattfinden. Und es hängt wahrscheinlich davon ab, von welcher Bedrohung wir ausgehen müssen. Das Innenministerium ist sicher darauf spezialisiert, mit den Kobra-Kräften gegen einen Bankräuber, der mit einer Pistole bewaffnet ist, vorzugehen, oder mit einer kleinere Gruppe vorzugehen. Wenn man jetzt, wie das Szenario in Frankreich gezeigt hat, unter Umständen mit kampferprobten Dschihadisten zu tun hat, dann wird das eigentlich schon eine militärische Aufgabe. Das heißt, ein solcher Antiterroreinsatz, auch in Österreich, der meint das Bundesheer der Bayer, ist eigentlich besser geeignet. Ich glaube, dass wir ausbildungsmäßig, übungsmäßig und von der Zusammenarbeit zwischen Piloten und Jagdkommandosoldaten auf solche Aktionen am besten vorbereitet sind. Auch das Polizeieinsatzkommando Kobra trainiert für den Ernstfall. Statt Hubschraubern gibt es hier eine mobile Rampe. Der Polizeieinsatz verläuft unspektakulärer als die Militäraktion. Trotzdem gilt die Kobra als eine der besten Polizeispezialeinheiten der Welt. Die Bekämpfung des Terrors im Inland zählt zu ihren Hauptaufgaben. Dass das Jagdkommando Teile davon übernehmen will, geht den Beamten hier zu weit. Es ist vorstellbar, dass natürlich Assistenzdienstleistung geboten wird, selbstverständlich. Es ist aber natürlich eine Frage auch, ob die sicherheitsbehördliche Führung dem dann zustimmt. Die Kobra arbeitet nicht losgelöst von der Sicherheitsbehörde, sondern wir arbeiten im Auftrag der Bezirkshauptmannschaften, der Landespolizeidirektionen und so weiter. Und der sicherheitsbehördliche Leiter legt fest, was eben gefordert ist. Und darüber hinaus natürlich gibt es auch eine politische Ebene. Und hier werden die entsprechenden Entscheidungen fallen, wenn es notwendig ist. Die strikte Trennung zwischen Polizei und Bundesheer ist historisch gewachsen und für manchen überholt. Gerade die Ereignisse der vergangenen Wochen geben zumindest Anlass, über die Art der Zusammenarbeit nachzudenken. Die Aufgabe der Polizei und der Sicherheitsbehörde ist doch eine ganz andere als die Aufgabe des Militärs. Denken wir aber ein bisschen über die Verfassung hinaus. Denken wir an konkrete Bedrohungsszenarien. Gehen wir weg von allhergebrachtem, gehen wir weg von unserer historisch belasteten Betrachtungsweise. Und wir werden sehen, wir haben einen Pool von Spezialisten. Wir haben einen Pool von Ressourcen diesbezüglich. Und wir haben so etwas wie eine sich aufkeimende nationale Bedrohung. Es gibt kein Argument der Welt, das es verbietet, über bestehende Strukturen nachzudenken und über die Zusammenführung von solchen Ressourcen zu sprechen und diese auch einzuleiten. Das Sicherheitspaket hat heute den Ministerrat passiert. Fix ist, die Polizei soll mehr Geld bekommen. Für Personal und Schutzausrüstung. Doch auf teure Hubschrauber will man verzichten. Das Bundesheer soll mit seinem Gerät aushelfen. Proisten haben sich mit Geiseln im Haus verschanzt. Wieder rückt die Spezialeinheit mit Hubschraubern an. Der Sturm des Hauses erfolgt von zwei Seiten. Zuerst die Vordertür. Blendgranaten lenken ab. Weitere Einheiten rücken aus der Luft nach. Und selbst der Bomben- und Geiselspürhund wird aus dem Blackhawk-Hubschrauber abgeseilt. Wieder zeigt man gerne her, wozu man in der Lage ist. Was man alles kann. Mit allen Mitteln, die auch der Ernstfall erfordern würde. Doch im Ernstfall halten sich in einem Haus wie diesem echte Terroristen mit echten Geiseln versteckt. Dann sind die Waffen scharf und die Bedrohungsszenarien Wirklichkeit. Dann ist keine Zeit mehr für Eitelkeiten und Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Ressorts. Die Frage ist, stellt das Bundesheer nur die Hubschrauber zur Verfügung oder auch gleich seine Spezialeinheit? Die Trennung, die man für eindeutig hatte, wo das Militär für Landesverteidigung im Sinne des Kalten Krieges zuständig war und die Polizei für Kriminalität, die hat sich mit der Entwicklung der heutigen Szenarios einfach verändert. Da gibt es eine Grauzone dazwischen, wo man von Rechtlichen her vielleicht diskutieren könnte, ist es eher eine kriminelle Aktion und eine Aufgabe des Innenministeriums oder ist es rechtlich eher eine Verteidigungsaufgabe? Aber wenn es um den Schutz der dabei eingesetzten eigenen Leute geht und ich davon ausgehen muss, dass der Gegner militärische Qualitäten hat, dann wäre man wahrscheinlich besser beraten, dagegen auch Soldaten einzusetzen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung des Innenministeriums sollte dafür sorgen, dass es gar nicht so weit kommt. Auch wenn es jetzt mehr Geld für technische Mittel gibt, fühlt sich diese Behörde rechtlich eingeschränkt. Ein eigenes Gesetz soll bis zum Sommer mehr Befugnisse ermöglichen. Sie müssen sich vorstellen, dass die Beamten des Verfassungsschutzes die gleichen Befugnisse haben wie der uniformierte Kollege, der auf der Kreuzung den Verkehr regelt. Die gleichen Aufgabenstellungen, die gleichen Befugnisse. Das ist etwas, wo wir sagen, das ist nicht ausreichend. So können wir mit der Bedrohung im Moment nicht umgehen. Als Richtschnur dient uns beispielsweise das deutsche Bundeskriminalamtsgesetz, also ein polizeiliches Gesetz, das zum Zwecke der Terrorismusabwehr außerordentliche Befugnisse vorsieht und auch einen entsprechenden Rechtsschutz dafür deklariert. Geklärt werden soll auch, ob das BVT zusätzliche nachrichtendienstliche Befugnisse erhält. Den einzigen Inland... Wer greift ein, wenn es in Österreich zu einem Terroranschlag kommt? Antiterrorübung des Bundesheeres. Sechs Hubschrauber, 50 Soldaten des Jagdkommandos. In diesem Fahrzeug flüchten nach einem Anschlag vier Terroristen. Der Auftrag? Stoppen um jeden Preis. Aus einem OH-58 Kiowa feuert ein Scharfschütze auf den Motorblock und bringt das Auto zum Stillstand. Gleichzeitig landen drei weitere Hubschrauber. Die Elite-Soldaten des Jagdkommandos überwältigen die Terroristen. Nur wenige Meter weiter seilen sich weitere Einheiten aus einem Blackhawk-Transport-Hubschrauber ab. Präzise Abläufe, die das Jagdkommando seit Jahren für den Ernstfall trainiert. Bei solchen Aktionen ist das absolut eine militärische Aufgabe in der Größenordnung. Ich sehe den Terrorismus in einer bestimmten Erscheinungsform sehr wohl als eine Form der Kriegführung. Auch wenn sie durch zivilgekleidete Personen wahrgenommen wird. Nach der Sicherung des Territoriums übernehmen die abgeseilten Spezialkräfte die Gefangenen und bringen sie in den Hubschrauber. Der ganze Einsatz ist nach wenigen Minuten beendet. Solche Operationen darf das Jagdkommando eigentlich nur im Ausland durchführen. Doch mit der neuen Bedrohungslage des islamistischen Terrors sieht das Bundesheer hier ein neues Aufgabengebiet für sich. Der Rettisch kann dieser Einsatz auch im Inland stattfinden. Und es hängt wahrscheinlich davon ab, von welcher Bedrohung wir ausgehen müssen. Das Innenministerium ist sicher darauf spezialisiert, mit den Kobra-Kräften gegen einen Bankräuber, der mit einer Pistole bewaffnet ist, vorzugehen oder eine kleinere Gruppe vorzugehen. Wenn man jetzt, wie das Szenario in Frankreich gezeigt hat, unter Umständen mit kampferprobten Dschihadisten zu tun hat, dann wird das eigentlich schon eine militärische Aufgabe. Das heißt, ein solcher Antiterroreinsatz auch in Österreich, der meint das Bundesheer wäre, ist eigentlich besser geeignet? Ich glaube, dass wir ausbildungsmäßig, übungsmäßig und von der Zusammenarbeit zwischen Piloten und Jagdkommandosoldaten auf solche Aktionen am besten vorbereitet sind. Auch das Polizeieinsatzkommando Kobra trainiert für den Ernstfall. Statt Hubschraubern gibt es hier eine mobile Rampe. Der Polizeieinsatz verläuft unspektakulärer als die Militäraktion. Trotzdem gilt es.